wie ist es wenn man sachen über den kartenrand hinaus kann man nicht ableiten über den karten rand nein ich könnte aber cave 2 nach cave 3 ableiten spüle einfach ich überflute einfach cave 3 mit dem wasser auf cave 2 vor allem würde das relativ zügig gehen ich muss einfach nur channel das müssen irgendwie danach hier sozusagen nachher reinstellen das ist die unterste ebene von dem wasser genau und dann lässt man das einfach hier da vielleicht nicht da ist gerade ein tunnel kann man hier machen man channelt hier einfach da muss man wirklich aufpassen hier sind viel zu viele gänge zwischen und lässt dann das wasser hier einfach rein fließen und dann spült das hier nach und nach alles weg aber ich glaube folge frage übersteht dass die cpu warum ist da ein käfig übersteht es die cpu wenn ich ein gesamtes cave leerlaufen lasse beziehungsweise ist die frage was passiert in cave 3 wenn man das macht läuft das über den kartenrand dann raus weil es gibt ja genug ecken da unten und da und so weiter wo es halt hinlaufen könnte oder es verschwindet einfach in der magma interessant ist es halt in dem fall ich weiß nicht im moment mal also cave 2 wird ja wahrscheinlich das wasser aus angrenzenden chunks dann trotzdem sozusagen nachfließen lassen aber ich könnte höher gelegenen ebenen dann sozusagen frei haben von wasser wo dann pilze und so weiter wachsen können und da alle chunks nebenbei ja unter wasser stehen auf der ebene müsste ich mir hier keine sorgen machen dass gegner nachkommen ich muss halt nur den abfluss durchgängig lassen damit sich sozusagen hier nicht wieder auffüllt bis nach oben hin die frage ist jetzt gerade wie reagieren vor gotten beasts im wasser darauf gibt es so hybrid wesen die im wasser angereist kommen dann aussteigen um mich dann brutals niedermähen wahrscheinlich wenn hast du denn wenn hast du denn schon wieder ausgefragt ach den den schon wieder was hatten die jetzt schon wieder angestellt warum warum haben wir den ausgefragt ich dachte wir haben schon alles verurteilt hat er schon wieder das gebaut natürlich hat wieder jemand verletzt ganz ehrlich ach ich kann ihn gerade nicht fragen der ist gerade auf weight okay der ist im weight der kann würde ich mal sagen wo ist er denn jetzt schon wieder was war ich bin gerade verwirrt schoras nur das traveling wo ist denn warum ich sehe das wieder nicht manchmal brauche ich wirklich eine militia commander schorast bin der jetzt schon wieder ich warte einfach bis der wieder da ist da finde ich den wenigstens als surgeon als diagnoser oder surgeon oder sowas wieder keine ahnung was der jetzt vor hat also der ist ja gerade unterwegs der waited gerade danach können wir den gerne noch mal ausfragen oder beziehungsweise direkt verurteilen wir ausfragen brauchen wir ihn ja nicht so war gerade bei dem alten stream waren aktuell habe ich ich bin ja so ein kleiner statistik freund ich habe auf youtube nicht jeder gibt sein alter an bei seinem account und so weiter aber aktuell habe ich einen zuschauer zuschauer anteil der 55 plus jährigen von 70 prozent ich weiß nicht warum aber meine meine zielgruppe scheint noch älter zu sein als ich selber was nicht schlimm ist es hat mich nur überrascht ich hatte ehrlich gesagt gedacht dass meine so eher bei den 40 bis in den 40ern liegt halt auch so irgendwie so Anfang 30 bis Mitte 40 da wo ich mich auch selbst sehe aber es geht auch höher was ich immer wieder wundert weil ich bei der bei der altersgruppe denke ich immer sozusagen verfasst schon an meine eltern und die haben mit dem internet gar nichts am mut die konnte man auch immer früher das war das war das war ganz schön als das internet noch wirklich neuland war wo die eltern keine ahnung hatten was die kinder da treiben ist heutzutage ganz anders da ich mich ja von früher kenne weiß ich wo ich bei meinem kind aufpassen muss ah ihac icq kenne ich wir hatten damals auch noch unser internet über diese komischen aol disks und so weiter oder minütlich dann abgerechnet wurde wo wir damals mein bruder und ich unglaublich ein einlauf gekriegt haben weil wir unsere internet rechnung in die hohe höhe gepusht haben für star wars galaxy war das star wars mmo damals vor das war doch auch zum jahr 1000 wechsel glaube ich ich weiß es nicht mehr ich weiß nur dass mein vater da richtig an die decke gegangen ist wollen wir haben das spiel nicht verstanden ich konnte kein englisch kann ich ja heute noch nicht aber damals war es noch schlimmer das gibt es noch cool ich weiß dass mein bruder und ich da dran gesessen haben und dann wir haben nichts verstanden aber hat das internet ja auch früher für so viel scheiße auch genutzt genauso wie heute sagt jemand noch was second life noch etwas dieses ach so tolle hier führt euer virtuelles leben und so weiter wo ja leute millionen mitverdient haben mit denen sie virtuelle güter verkauft haben und so weiter das war auch so ne das war so ne scheiße und die idee von meinem bruder und mir da unglaublich reich rüber zu werden ist auch kläglich in die hose gegangen weil wir gar keine ahnung hatten was wir da machen müssen ww kam ja später in ww habe ich auch zeit versenkt wie nix gutes also es ist gut dass es manche spiele von mir gibt wo keine statistik geführt wird wie lange ich das gespielt habe ich kann mir zu öfters anhören wenn man jetzt meinen steam account angucken mensch du hast ja kaum spiele mit einer spielzeit die dreistellig ist das sind bei mir nur fünf oder sechs stück ich weiß es nicht genau ne und kein einziges hat die 1000 geknackt ich glaube x4 ist aktuell das meiste mit knapp fast 400 stunden oder so ich weiß es nicht genau es gibt einfach spiele wie halt wow in dem ich so viel zeit wirklich verschenkt habe für es hat ja bock gemacht da muss ich sagen da bin ich froh ich musste nie über ein 56k modem ziehen meine eltern haben total hochmodern irgendwann mal mit isdn angefangen ich musste ich habe das 56k modem kenne ich nur von meiner cousine als ich die mal in berlin besucht habe und das war das einzige mal an diesem verlängerten wochenende jetzt muss ich auch überlegen irgendwann in den 90ern da war ich da zur love parade in berlin als sie da noch stattgefunden hat über ein wochenende und da habe ich als 56k modem dieses mit diesem und wie es halt so ist dort das erste und einzige mal erlebt ich selber musste damit nie kämpfen so ist der typ jetzt wieder da das ist auch schon wieder da sails after the end was looted from er war looted ok ok das ist natürlich über tage das ist natürlich ungünstig ich müsste mal wieder jemanden anrufen warte mal noch eine woche ich muss doch was runterladen ok also wie gesagt da kam ich drum herum wird nachhaltende ist der endanlage hier da konnte man das halt auch parallel wir hatten ja einen hochmodernen haushalt wir hatten zwei verschiedene telefonnummern wir hatten telefon oben auf dem flur und unten beste entscheidung meiner eltern ever dann konnte ich nämlich anrufe von der schule oben abfangen na du willst weiß ich noch das eine mal hat die klassenlehrerin angerufen ich war noch nie so schnell am telefon also ich bin direkt von der schule nach hause habe mich oben auf dem flur gesetzt und darauf gewartet dass die lehrerin anruft bin noch bevor das erste klingeln vorbei war direkt rangegangen dann hieß es auch nur na deine eltern wären wohl ganz schön sauer wenn sie jetzt mit mir sprechen so ja ja dann belassen wir es doch noch mal dabei dann war das gespräch auch wieder vorbei hatte eigentlich auch wenn ich es damals nicht so gesehen hatte eigentlich eine sehr nette lehrerin nimm mal ein handy alter aber es ist aber jetzt hier es geht aber die ganz modernen sachen rein das hatte ich erst 2001 ein philips handy 2000 2000 hatte ich mein erstes und das handy war noch von philips und ich habe mich geschämt für das teil ich war der einzige der kein nokia hatte und kein snake spielen konnte das heißt alle haben mich für mein handy habe ich kein film für gekriegt weil es halten philips war dass kein snake konnte danach hatte ich ein siemens s25 glaube ich das ist mir auf dem jahrmarkt irgendwie ein projekt dann raus geflogen wupp war es weg danach hatte ich halt ein paar monate kein handy und wenn du jetzt bei solchen aspach uralt handys anfängst die erste freundin mit dem ersten handy also die erste freundin nach erhalt des handys sorgte für eine unglaublich hohe rechnung damals gab es noch keine flat rates da durfte man dann plötzlich da mal 150 euro im monat für sms abdrücken ich auch nur den einen monat gebracht wenn der jetzt wieder da ist können wir den nächsten angreifen ich gehe jetzt alle türme durch ist der oder soll ich da einfach mal eine große siedlung angreifen lassen ergibt vielleicht mehr sinn da ist eine kobold festung kobold pit of nightmares was albtraum sandalen okay wir werden die albtraum sandalen einmal angreifen warum auch nicht nach dem einen zwei jahres vertrag den ich da hatte mit dieser hohen rechnung hatte ich danach auch nur noch prepaid bis heute habe ich nur prepaid waren sms ne bei mir waren sie auf alle also als ich da zumindest als ich das siemens handy nach hatte hatte ich ihn auf alle fälle im vertrag und da waren die sms nicht kostenlos das war einfach arsch teuer okay das hat das hat die zeit dass es umsonst war hatte ich nicht ich habe mich einfach da nachher dumm und dämlich bezahlt also wird das war nach der ein aol rechnung fürs internet war das die zweite rechnung wo mein vater nicht begeistert war während er das internet damals noch bezahlt hat mehr oder weniger freiwillig durfte ich meine handy rechnung auch über die nächsten monate mit meinem taschengeld absplottern das war ihm zu viel aber dasselbe problem hatte meine freundin halt auch ne war halt ein mist und heutzutage gibt es das einfach nicht mehr heutzutage hat jeder eine flat weight und dann ist gut mein sohn hat jetzt eine armbanduhr mit der kann er telefonieren die kostet mich jetzt im monat fünf euro also da dass er damit telefonieren kann und sprach nach wie mit internet und was weiß ich nicht was aber früher den größten fehler der man machen konnte war auf seinem handy auf diesen komischen wapp knopf zu drücken dass das internet gestartet ist da ist einmal versehentlich drauf gekommen schon waren fünf euro weg sonst wie ich noch da immer noch so also so so Amen.